Die Zusammenarbeit mit Coop Media war für mich ein sehr positives Erlebnis. Coop Media hat für uns ein Video gemacht zu einer Life Science Konferenz vom Life Science Zurich Business Network. Wir hatten hier relativ wenig Vorbereitungszeit. Es war eine sehr effiziente Zusammenarbeit. Coop Media hat sehr gut verstanden, was wir eigentlich wollen, was für Ziele wir verfolgen mit diesem Film und hat uns sehr gut beraten, wie wir das Ganze umsetzen, damit wir die Ziele auch erreichen können. Am Tag X der Konferenz habe ich ein sehr engagiertes, professionelles Team angetroffen, das sehr diskret gefilmt hat während der Konferenz. Es aber auch verstanden hat, unseren Referenten und Konferenzteilnehmern Statements zu entlocken, die wirklich gehaltvoll waren. Schlussendlich brachte AdCorp Media eine super Story, das alles eingebracht hat. Das sind so kombinierte Statements, dass wir unsere Key-Messages, die wir eigentlich wollten haben, wiedergefunden haben in diesem Video. Und ein Tüpfchen auf dem I ist dann vielleicht noch, dass auch die Zusammenarbeit wirklich Freude gemacht hat. Also alles in allem ein super Erlebnis. Das war's. 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 Das war's.